Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der beste Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elias. Ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Zwölf Minuten bis man spielen kann. Was labert ihr? Ich sag dir ehrlich, die kommen alle zurück. Alle sind gerade wieder am Zocken. Ich spiele gerade 3,5 Millionen Spieler Fortnite. Für Fortnite. Ich sag euch ehrlich, Fortnite damals, also es kam mir so vor 5 Jahren raus. Ich würde sagen, Fortnite Prime gehört zu den Top 3 Spielerlebnissen, die ich so hatte. Also online auf jeden Fall. FIFA, FIFA 17 fand ich sehr krass. FIFA 18, FIFA 17. Dann COD Prime mit MW2, MW3, BO1, BO2. Und halt Fortnite 2,18. Das war auch brutal. 2,18, 2,19. Ich bat alles raten, wir gehen rein. Nein, erste Runde win, ja, nein, sofort rein. Na, Eli will bei den zwei Häusern landen. Guck mal, ich weiß, was da landen. Ja, 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 ja. Wir landen, wir landen, ja, genau da. Genau da. Die beiden Häuser. Da wurde ich zum Mann. Da darf ich auf euch gebabbeln. Da guckt euch die Map an, Chad. Guckt euch die Map an. Guck mal, 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 wie früher, guck mal, wie früher, ich kenne mich hier aus wie meine eigenen Unterhose. Mann, Digga, diese Legs, die facken mich so ab. Los, es gibt ja auch die Tuck. Warte mal. Ein 12-Jähriger. Es hat sich nichts geändert. Es hat sich nichts geändert. Ein 12-Jähriger. Er hat mich weggeditiert. Es hat sich nichts geändert. Es hat sich nichts geändert. Von dem 12-Jährigen. Erste Kill, Digga. Von Timmis Blatt. Joba. Ja, das ist er. Joba, der bei Ruhrt ist, ist gut. Joba hat uns alle gehört, da ist er. Da hinten sind welche. Snipe, Klippen, Hochladen. 120 Meter. Klipp das, Klipp das, halt schon mal bereit. Klipp, Klipp, Klippen. Bitte, guck ihn euch mal an. Klipp schon mal, Klipp schon mal. Bitte. Oh, Klipp das! Klipp ganz schön, weg! Klipp das, Leute, Klipp das, Ruf. Klipp das, Ruf. Uh, nice gespielt. Klipp das, Ruf. Klipp das, Ruf. Oh, 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 shit. Uh, uh, uh. Klipp das, Ruf. Guck mal, Edis, Junge. Er ist, glaube ich, oben. Edi, oben. Hier, 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 bei mir. Bei mir. Er ist unten, er ist unten. Sicher? Er ist unten. Kommst du dir? Oh, komm doch nicht. Fokuss, Indi, du bist. Haben ihn. Genau so wie früher, genau so wie früher. Oh, ich hab ne Falle. Ich hab ne Falle. Nein, gib her, Sydney, bitte. Echt jetzt? Bitte, Sydney. Ja, bitte, bitte. Bitte, nein, bitte. Oh, das war meine Falle. Nein, war meine. No. No. Sag danke, Abi. Danke, danke, Bro. Danke, Bro. Und hier ist noch ne Blow-Tag, wenn ihr mal braucht. Ich brauch Blow-Tag. Ich wusste es. Ich wusste, das ist was. Bei mir, bei mir, Jungs. Was? Seit wann hat Thomas die Plädie noch mal angemacht, oder was? Oh, die Arme. Oh, ich hab ja ein schlechtes Aim, oder? 22, White. Oh, ho, 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 ho. Ja, ja, weiter, weiter, weiter. Der ist weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Schöne Sache. Schöne Sache. Sofort finischen, sofort finischen. Sofort finischen. Rauf, 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 rauf. Hier, 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 hier. Ja, okay, sehe, sehe, sehe. Jeder kann ja in der Schuhe riefen. Weg. Hab einen. Ich will, ich... Weg. Hat einer Green Life? Haha, Raphael, next gen. Abfahrt, Raketen, Willi. Hab einen. Oh, wir sind so ein Auslöschungskommando. Banane, sag es und ich lass dich runter. Nein. Okay, Banane, es tut mir leid, ich muss... Mann, was bist du für den Arschloch? Ich hab's nicht gemacht. Dieter, lass kurz tanzen. Ich werde euch nicht holen. Hahaha. Hahaha. Ajo, Longo, was willst du schmache? Komm jetzt hin, ey. Ja, zu den Gegnern mit ihm. Ja, Fleisch. Die kann so sein, Digga. Die kann so sein. 23, Blue. Warte mal, ich glaube, die können was. Irgendwie. 23, Blue. Einer von beiden wird draufgehen. Sie müssen eine Einholung an. Die verfickte Banane. Ja, die Banane ist zurück. Ja, wir sind wieder da. Die Banane ist zurück. 20, Runde, Erste. 28. 28. 28 geht's halt mir, glaube ich. Ich hab den Strat. Ich glaube, er ist bei mir. Er ist unten. Unten. Ich hab ihn. Er ist ein Noob. Vor allem, wie ich ihn geholt habe, ich sage, er ist ein Noob. Denke, ich hätte den müssen, wie er geguckt hat. Oh mein Gott. Wie viele? Ich hab einen. Ach, scheiße. Ich tanze. Ich schwing's ganz schnell. Ich hab zwei. Blaue Mütze. War eine Blaue Mütze. Nein. Ohoho. Spichpas. Ich bin die alte Banane. Ich bin die alte Banane, Xavi. Warte, weg. Warte, weg. Äh. Okay, okay, okay. Schnell, Bau, 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 Bau. Bau. Bau, mach. Doch. Wie sind wir? In den Job, Mads, Job, Mads. Was ist los? Ja, aber dann? Ja, wirklich. Öff, 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 öff. Okay, Banane, der Einkaufswahn. Öff, 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 öff. Zurück zur Lobby, zurück zur Lobby. Hier ist eine Amalia, ist hier drinne. Warte. In die Lobby geschickt, den ersten. War nicht hier auch immer der Fußballfeld irgendwo? Jaja. In den zweiten. Ganze Team geholt. Hast du sie? Wie viel Leben noch? Alle geholt, Banane um den Flick. Maul, Digga. Ich bin ein Faschisten der Banane. Ja, okay. Jetzt waren sie wieder. Scheiße, oder? Wenn man zählt, zählt nur, wenn Mongal ist. Kills zählt nur, wenn man gegen Mongal spielt. Wisst ihr, Chad? Wenn man mal Tore gegen Heidenheim schießt oder gegen Mainz. Die zählen genauso, als wenn ihr sie gegen Dortmund macht. Merkt euch das. Sehr schöne Rede. Lass auf ihn landen. Genau auf ihn. Genau rein. Alle rein. Nicht alle. Und sind noch mehr. Weg. Weg. Genau das will ich auch wieder. Booter Demate. Seine Mails kommen? Fick noch. Oh ja. Oh. Weihnachtsnoops. Weihnachtsnoops. Hinterm Sandberg. Hinterm Sandberg. Hinterm Sandberg. Fick ihn. Ja. Eli, ich weiß nicht, von wo du jetzt schießt, oder? Fick ihn, Eli. Nice. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Hey, ich lass mir die da vorne. Ich bin und sie schießen es zurück. Über mir, über mir. Oh gee, das macht es schon richtig. Ich bin mute? Eli. Ah, scheiße. Ich bin die ganze Zeit mute. Leute, die nicht so gut sind. Also wenn Eli hier gerade neun Kills macht, dann. Mann, Digga, aber ich hab doch auch gutes Aim. Was wollt ihr denn von mir? Tut's, als wenn ich überhaupt nicht spielen kann. Oh, wie versucht denn? Guck mal, so machen das immer Profis. Ich flieg zur Banane. Ich flieg zur Banane. Es ist meine Bestimmung. Da unter uns ist direkt einer. Es ist meine Bestimmung. Banane gegen Banane. Warte mal ganz kurz. Hinter mir. Banane in der Luft. Banane, Tiss. Banane. 20-40 schon wieder. Oh, das meine ich. Das meine ich mit Ausstellungs-Kommando. Zusammen. Da drüben ist noch einer. Er wagt es. Weg. Los, ich wagt es. Pickless 60 raus. What? Oben auf dem Main. What? Ne, ich bin hier irgendwo einmal. Ich hab mich geschossen. Hilfe. Ich halte gerade eh nicht. Okay. Was? Und bei dir? Einer von denen ist One-Shot. Wir spielen alle auf dem Berg. So. Hat jemand noch Rockets? Sie stecken. 48. Sie stecken. Sie stecken nach Scheiße. Gute Stinker. Ich lasse die Katzen einfach mal. Bei mir stecken die ganz, ganz doll. One-Shot. Ich stehe einen. Hier drauf. Elisabeth, ich lasse drauf. Oh, oh. Runter gefallen. Ich hab einen. Rex hit. Boah. Ich tanz. Ich bin tot. Ich bin tot. Alles gut. Was? Jungs, er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Yes. Let's go. Das ist ein Squad. Das ist ein Squad. Alle haben schon geschrieben. Wir fürchten uns. 31 Kills. 31 Kills. Eili, Jello, 13 Kills, Chad. Und das ist der Public Hero, von dem ich doch die ganze Zeit verdammt nochmal rede. Warte. 20 Kills, 5 Sub-Fund. Okay. Einer Steady. Du musst aufbauen sein. 20 bei 15 machen wir dir. Machen wir dir, mein Bruder. Alles klar, machen wir fertig. Wo sagen die das nochmal? Ja, machen wir dir. Söner, glaub ich. Ja, ja. Mit Schaf und... Chat, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin... Ich hab drei Kills. So, mir hat sich seltsam gehört. Nee, ich hab einen richtig geilen Edit gerade gemacht. Ich hab ein Dach gemacht, Sidney. Bei mir ist das ganze Team, Junge. Wo seid ihr? Wie, du bist die ganze Zeit alleine. Mach doch früher was. Bei mir ein ganzes Team. Einen hab ich geholt. Ammer links. Eins gegen eins, Ammer. Ammer direkt von mir. Er will mich mit dem. Nein! Nein! Oh mein Gott. Meine Attack hat nicht... Oh, egal, egal, egal. Ready, up, ready, up. Stinkbomben. Ab ihn, Eli. Das ist noch einer. Ab. Emre. Oh, hinter uns, hinter uns noch mehr, noch mehr. Wo sind die, markieren? Keine Ahnung. Irgendwo andere Richtung. Zwei Leute, zwei Leute, Tarkestelle. Drei Leute, drei Leute, drei Leute, Tarkestelle. Eli, fick ihn da. Ich bin auch, Mannschaft. Nee, ist mir auch, Mannschaft. Ich hab ihn. Hab einen, dead von denen. Oh, einer hat vorhin gespielt. Hab einen. Alle unten, alle unten. Hab einen. Meiner hat richtig geschwitzt. White. Meiner war richtig. Ass. Sankt's wetter, die haben nicht mal gebaut. Ja, egal. Sankt's wetter, die sind fitter. Das waren wieder ein Süßespieler. Reden, das ist klein. Nee, ich sehe nicht mal was. Dort, dort, da. Geht werden. 21, 21, 20, 20, 20. 20. Guck mal, wie die sich splitten. Guck mal, jagt den Hasen. Das sind Bananen. 20. Frank. 20. 21. Jump it, jump it, jump it, jump it. Go. Und die hoch. Er ist unten. Okay, ich hole jetzt deine Karte-Silfe und hole dich wieder. Ja, komm doch. Ey, Edi, da ist ein Gegner. 21. 21. Hinter dir, hinter dir. Bobblim 69, schau nicht wieder. Ah, er ist bei dir, genau bei dir. Er ist genau bei dir. Er will nicht. Aber drück den Button. Okay, wir sind wieder da. Ey, die Stunkewehr, Muni? Bist du? Wunderbar, 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 wunderbar. Wunderbar. Digga, was war das? Jetzt ja nur wieder der Top-Bracker, oder? Schon wieder Chicer, oder? Mann. Digga, es nervt so, wenn man gewinnt, ne? Einer kann zugucken. Arsch. Bei uns ist es schön, cool, süß. Hä? Was war das? Wir sind unten. Im Keller. Keiner. Weg. Wir werden im Bündnis. Das müssen wir sein. Wir haben hier aggressiv wieder reingejumpt. Ja, das müssen wir sein. Guck mal, da lebt noch der eine Abfahrtlanger. Mann. Messer. Eli war das. Wer war das, Mann? War das nicht? Mann. Ich dropp? Boah. What the shit? Boah. What? Boah. Klippi. Ich hab ihn dreimal getroffen, ich schwöre. Ich hab ihn hundertf... Alter Schwede. Ich hab's gesehen, shit. Drei Schüsse. Darf man Streamsnipe? Ja, ja. Einmal Ausrufezeichen Streamsnipe in den Chat. Streamsnipen und am Paypal schickt man überweise noch Geld. Wer gesagt, wird in die Lobby geschickt. Soll ich in die Lobby? Soll ich die Kammer nicht holen? Ist das restable? Eli, da sind welche. Ich fixe, was ich brauchen will. Da drin sind welche. Du weißt das, stell, oh Gott, ich bin. Oh, ja. Guck mal, jetzt. Jetzt wird's getroffen. Boah. Mann, ey, ist alles voll die Sucht sofort, der OG? Ja, genau. Gib mir deine Krone. Wollt ihr gehen, gibt mir mal ein Landspot? Mann, Digga, was ist, wir müssen zusammen, wir müssen zusammen, wir müssen zusammen, ich hab, ich hab ich nicht. Digga, ich schwöre, ich schwöre, hier sind, hier sind, hier sind fünf Teams oder so. Oh Gott, Jungs, ich brauch was. Hat einer was für mich? Ich hab ein ACOG-Avention für euch. Hier ist einer. Ich hab ein Mini für einen, wer will? Ich hab ein Mini. Oh, dann ist der Kind. Ich hab ein Mini. Er fliegt zu euch, er fliegt zu euch. Ich hab ein Mini. Ich komm mit einem Geschenk. Jungs, ich hab ein Bando nur und eine Axt. Ich hab eine Scope da, ja, hier, bitteschön. Ja. Ja, ich hab eine Scope da, ja, hier, bitteschön. Na gut, dann wird's klar sein. Jungs, sie schicken. Hier, bei mir. Schicken. Da kommt noch einer. Ich glaub, hier kommt einer rein in Eli. Oh, Eli, oh mein Gott. Am Fetzer. Darf mich hoch zu meinem Brust. Pass auf, mach nicht auf sich. 58. One shot. 80er. Cool, Eli, mach weg. Kick in Heim. Vor den stairs, vor den stairs, vor den stairs. Er kommt. Eli, nimm er. Weg, Eli, nein. Und noch ein Rapppick. Für gutes Gaming. Dieser Kanal steht für gutes Gaming. Wer auf hochqualitativen Gaming-Content. Da sollt ihr hier einen Follow da lassen. Einen Sub da lassen. Also, Willi, 50 Subs von mir. So. Und jetzt muss ich frei passen. Was würde er da machen, Bitter? Nimm, 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 nimm. Ja, ja. Jan, wof. Ich helfe jetzt mal. Die Mann. Digga, das war die schlimmste Runde. All time, real talk. Was war das für eine Scheiße? Ey, warte mal. Wer landet da nicht bei uns? Hä? Jungs? Ja, wir sind alleine. Wir sind doch alleine. Ach du Scheiße. Er ist es. Eli. Ich fasse es nicht, Digga. Hä? Aber warte mal. Also, okay, man kann sich ein bisschen... Ne, aber Flash Factory ist mein Marker, du Dummkopf. Schau mal, Digga. Mach auch grad. Wir müssen hier raus. Nein, nein, atmen, atmen. Wie viele von denen hast du? Nein. Ich hab einfach zu schießen. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Ich weiß aber nicht wo. Trauer. Wir müssen hier raus, Jungs. Degga. Ich kann auch immer die Rauchfonds gebrochen haben, Degga. Mann! Ich weiß nicht, wo wir sind. Wo ist er nach? Versteckt euch und versucht auf 2 gegen 2. Wow. 14 Mal geweckt. Willi, ja, Willi, mach Meter. Willi, geh weg da. Lass die sich feiten, Willi. Nein, nein, nein. Die müssen... Ja, ja. Und dann 1 gegen 1, dann musst du ab. Die dürfen nicht nicht sehen. Nein, nein, Willi. Nein, nein. Geh hinter Baum, hinter Baum, hinter Baum. Geh hinter Baum. Ja, ja, genau. Und jetzt chill. Und jetzt einfach nichts machen. Okay. Egal, was ist, Willi, durchziehen. Egal, was ist, durchziehen. Wer fände dich abschießen. Oh my God. Durchziehen, durchziehen. Schaffst du, schaffst du, schaffst du. Durchziehen. Degga, Willi. Durchziehen, durchziehen. Durchziehen, durchziehen. Wird die Antragen. Du musst cranken, hochcranken, hochcranken. Du musst... Ich crank hoch, ich crank hoch. Crank, crank, crank. Crank. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Alles, der looten, alles looten, alles looten, alles looten. Von hinten. Ja, aus der Entfernung. 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 Da läuft einer der Weiße. Der Drack. Irgendwann, die haben Stress mit Zone. Die haben Stress mit Zone. Ja, brühe dich das. Der ist dead. Der ist dead. Hier, von der Linie. Hier, hier, hier. Blue. Da, 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 da. Hier, 20 White. Da, da. Oh. In der Zone auch. Schieß ab. Schieß. Ich hab keine Money mehr. Dance. Ich hab keine Money. Quick, quick, quick. Zäger. Zäger. Wir holen sogar. Irgendwann. Wir hätten wir niemals alleine lassen sollen. Mit so vielen Riesen. Zäger. Und das ist die Wir-Chad. Für die ganzen Scheißhater. Erstmal den ganzen Tag rumgelaufen, um euch zu rebooten. Nein, läuft Willi den ganzen Tag. Um uns zu rebooten. Und dann gewinnen wir die Runde. Digga. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, der ist. Ich hab dieses Jagdgewehr. Ach du Scheiße. Da müssen wir die Jagdgewehr getroffen. Erst One-Shot. Mann, Digga. Es ist so schlimm, wenn man keine Waffe braucht. Ich rifte, ich rifte, ich rifte. Rifte. Fuck. Ich glaub ich mir. Wo bist du? Der Rift. Der Rift. Der Rift. Nein. Rift. Jetzt nicht. Wer ist denn Rift? Was? Mann, Sparfuchs 9, Digga. Er ist One-Shot. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Dass er das überlebt hat. Du hast keine Mets mehr. Loslassen. Mann, Digga. Der mich auch gut. Sparfuchs 9. Digga. Ah, guck mal, wie er den zuschaut. Naja. Ich mach jetzt hier ein Foto von euren Dicks. Yes. Schick, schick, schick. Ich mach ein Foto. Ah, da ist einer schnell noch raus. Und zack. Epic Games direkt bei WhatsApp. Julian, Alter. Deine Mutter, Julian. Sehr schön. Julian, deine Mutter. 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 Ich glaub, die schielen, Eli. Sag mal, wo? Wo denn, Willi? Ja, ja, ist Eli. Drei Leute, drei Leute. Ja, die schielen, die schielen. Ja, die schicken. Ja, der baut nicht mehr, der Kick. Elisa, fahr ich drauf. Alles gut, Manni. Guck mal, den Kick an, Sinne. Guck mal, nach der Flick. Egal. Mats, könnten wir ihn eben auch nicht reingehen, bitte? Wo sind sie denn? Er ist One-Shot. One-Shot. Nein, da finde ich mich. Mann, Digger. Ist das ein Wichser. Ich schwöre. Jungs, er ist unter der Treppe. Unter der Treppe da. Er ist da noch. Er ist jetzt rechts. Jetzt rechts, Chef Hadi. Der Wichser. Finde ich ihn sofort. Sofort, sofort, sofort. Sofort. Legt das Jagdgewehr weg, mein Freund. Ich werde ein Kill machen, mein Freund. Vor mir, vor uns, vor uns, vor uns, bitte. Zwar Sidney, aber ja, äh, der andere Doppel heute hier. Ich bin da. Habt ihr? Oho, Jagdgewehr. Scheiße, oder? Legt nur das Jagdgewehr weg. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Mann, Digger, wir kriegen es nicht mehr hin. Also, ich bin jetzt mal kein. Wieso brauchst du eigentlich den Kopf in den Sand stecken, Männer? Ich bin jetzt kein, ich bin kein AJ. Wir sitzen alle im Boot. Wir, vier als Team, besprechen, wie wir das immer positiv lenken können. Ich werde das. Oder wenn du über deine Kollegen schaust, die warten. Ich werde das nicht dazu sagen. Ich schwöre, die spielen, das ist doch ekelhaft. Das ist so krank. Guckt jetzt mal an, von den Einfügel. Digger, was? Schieb runter. Schieb runter. Irgendwas. Eli, irgendwas. Was, Eli? Was, der Schuss hat, man. Nein, Arme hast du. Nein. Okay, ja. Ich seh mir was. Lade den Baum. Ich fasse das nicht. Da. Lade den Baum. Genau, auf den Baum. Ey, Digga. Ernst du? Mann, Digga. Was sind das für Gegner, Mann? Ey, ich schwöre, wir sind so Opfer. Also, Jungs, war mein Fehler. Äh, ich, ich. Ey, Digga. Es ist so krass. Bruder. Der sich hochgeschossen hat, wenn er uns geballert hat. Digga, die sind so krass. Also, der, ich weiß nicht, wie gut der war, aber es ist unglaublich. Komm her, ich spiel, komm her, ich spiel. Komm her, ich spiel. Komm her, ich spiel. Bitte, Willi. Bro, ich hab gedacht, du redest mit Eli. Bruder, das sind keine normalen Lobbys. Machst du super, Willi, machst du klasse. Was denn, ich mach noch ein Ding. Jetzt stell dich auf deinen scheiß Buster an. Okay, wenn du so mit mir redest, dann nicht. In dem Turn. Ja. Ich will was Gutes tun und werde angeschrieben. Ja, okay. Sag, sorry. Willi. Lässt du jetzt dein Team sterben, ne? Nein, das Team erwartet das, glaub ich, auch. Willi. Wann, Digga. Alle im Gärchenboot, Männer. Nicht, wenn wir uns hier anstauschen. Anstatt einfach schnell wach, Digga. Ey, wir haben ne Chance, wir haben ne reelle Chance. Ich sag, lass uns Labyrinth, lass uns Labyrinth. Jetzt, ich mach ne Skybase, damit brechen keiner. Okay, warte mal, aber du hast Rift, oder? Ja, ich hab Rift. Ja, okay, dann lass machen. Nein, nicht alle, nicht alle. Wie, wollt ihr mich verarschen? Einer reinsteuert. Nein, 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 nein. Alle, alle, alle. Nein, das kann ich jetzt checken. Alle, alle, alle. Kann ich nicht checken, kann ich nicht checken, kann ich nicht checken, kann ich nicht checken. Ich mach. Will ich nicht checken, will ich nicht checken. Ich hab eh Grappler. Aber ich hab noch ne, ich hab noch ne Reißboot. Halt, halt, halt. Rift, rift, rift. Chefardi. Rift, rift. Oh, 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 oh. 6, 6, 6. Jungs. Ihr habt die Runde weggeschmissen, ihr habt die Runde weggeschmissen. Hab noch einen? Es sind noch vier Teams, es sind vier Teams. Boah, Digga, wir hätten safe gewonnen ohne deren Schnapsidee. Du musst auf den Baum fliegen irgendwo. Hol dir den Lootdrop. Land auf den Lootdrop Baum. Oh mein Gott. Da hast du den Lootdrop. Das muss ich verstehen. Er ist auch auf dem Baum. Jonas-Control. Hier kommen Rocket-Dinger rein. Oh, jetzt landet. Shabbat. Ach du Scheiße. Nein. Ich borde halt, ich borde halt. Ach, Digga. Das aber... Dass er nicht weg geht, Digga. Das ist so krass. Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Das ist so krass, Digga. Wie Willi einfach wegrennt, ne? Ich schwöre, du bist einfach... Bruder, du bist einfach... Ich bin genau vor dir. Du rennst weg, anstand du. Irgendwas baust, Digga. Er rennt vor mir einfach weg. Du bist verrückt. Titit hat dich verrückt gemacht, Bruder. Ist das krass, Digga. Titit, mach deine Sinne nicht ganz normal. Ist das krass, Digga. Ja. Ich hol mir gleich meine großen Brüder. Das wird sehr eng. Du musst auf den Boden mäßig. Jetzt, jetzt, jetzt. Und jetzt der Baum. Und dann runter. Nein. Oh mein Gott. Mach hoch, mach hoch, mach hoch. Seid ruhig aus. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du musst es, nein. Du musst, du musst. Zweier-Tex will ich. Logger, ich mach! Das ist krank. Irgendwas. Nachspritten, nachspritten, nachspritten. Ich mach den Schluss-Tiger-Test. Irgendwas. Irgendwas. Digga. Oh mein Gott. Nee. Krabbel, 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 krabbel. Du kannst ihn jetzt holen. Ja, ja, ja. Hol ihn, hol ihn. Schmeiß ihn rein. Ich kann ihn. Schmeiß ihn rein. Ja, werfen ihn rein. Mein Bruch. Werfen ihn rein, werfen rein. Nein. 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 Digga, der kommt irgendwo aus der Zone oder noch, Digga. No way. Wir müssen gegenfeiern. Alter. Ich muss mich hier nicht, ich muss mich hier nicht. Ist das letzte Team, ist das letzte Team? Ich kann nicht, ich kann nicht. Es ist vierer Squad. Ich bin tot, Jungs. Ich bin, ich bin 1 HP. Kann nix machen, kann nix machen. Eli, wie nah sind sie an dir? Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Du musst dich kurz hochheilen. Es ist vier gegen zwei. Amma, sie kommen, Amma, sie kommen. Es ist vier gegen zwei. Ich kann nix machen. Greg, der eine ist Greg vor dir. Amma, fick ihn. Schön. Nein. Amma, kommt noch einer. No fucking way, Alter. Boah. Boah. Ach, Digga. Digga, die waren auch alle One-Shots. Alter. Nee, wie geht's weiter. In diesem Sinne. Also ich auch, ich hab mein Bestes gegeben, Shit. Ich hab mein Bestes gegeben. Ich auch. Mach's bald rein. Robert, komm rein, Robert. Wir können sonst Trio erstmal eine Runde versuchen. Wie Trio? Wie Trio? Es ist... Amma und ich sind zu zweit. Nee, jetzt du kurz. Warte mal, was ist mit Sidney? Nein, 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 warte mal, der kriegt nen Anruf, Digga. Eli. Er ist auch jetzt ein Offline gegangen. Er ist ein Lacher, man. Sidney ist ein Lacher. Und Scheiße, beides. Okay, Amma. Was spielen wir hier? Ist das bauen oder nicht bauen? Das bauen. Dann wirst du mich loslassen. Den originalen Moneymaker. Guck mal her, wie ich ihn ficken werde. Boah. Ho! Lol! Dreieck hält's. Was ist denn das? Na, das ist der Beste eben der Welt. Bam! Ist gestört, ne? Warte mal. Warte mal. What on me? Wuhu! Was? Okay. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab ihn gehört. Ich bin Sturzschaden. Willst du mir die Witze anschauen? Nein, 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 nein. Da hat er im Meta und deswegen gekillt. Ich hab ihn gefickt. Fangen wir, auf den Hundschott. Fangen wir runter. Ich hab dich gerettet. Fangen wir runter, Gello. Fangen wir runter, Gello. Fangen wir runter, Gello. Amma, fangen wir. Der ist der Hund. Die sind geriftet, die anderen Zwei gegen zwei Die wollen auf den Berg hoch Ich hab auch geriftet, ich hab geriftet, ich hab geriftet Ja, ja, mach mal, mach Ich hab die noch geholt Ja, hab ich fett nen Hit gegeben Erste Runde ohne Sidney und Winnie 5 Stunden kein Win-Goal, guckt's euch an, guckt's jetzt auch ich an Bro, ich sag dir so wie es ist, nächste Duo Cash Cup müssen wir zusammenspielen und die beiden Idioten müssen zusammenspielen Wir machen das, 100 pro Lasst gerne follow auf Youtube da, like das Video, wenn es euch gefallen hat Gerne seht ihr mehr an der nächsten Zeit von mir mit Fortnite Wenn ihr meinen Creator Code EDIJELLOGOTI97 benutzt Spart ihr dann nochmal, zwar keine Prozent, aber supportet mich Das haust du natürlich nicht alleine, die will geht raus Über mir ist einer Man, Digga, diese Heavy-Tag, Alter What is one shot? Oh mein Gott, Digga Er ist aber auch der Beste, Digga Hier Was? Digga Ich hab's sogar gesehen, wie viel Spielspaß hattest du? Digga, was ist grad passiert, Amar? Wie viel Spielspaß Digga, Amar, was ist da grad passiert? Nur Milchpups Digga, was war das für ne Lobby? Was sind das denn für Lobbys? Hol die Marken Hol die Marken Bruder, ich krieg hier gleich den Schlaganfall Mach mal gleich alle Fullcam rein Wenn wir Dings Bin ich mal gleich Fick deinen fetten Vater, Digga Was male Fullcam an Zurück in die Lobby, oder bereit? Zurück in die Lobby Was ist denn mit deinem Vater, Digga? Das ist mal die Chance, ne? Minus 24 Vor rechts Ich steck ihn voll Ich pups ihn an Zurück weg Er hat so Glück Mann, Digga, er hat so ein Glück Abhin Zugucken, Asch In deiner Box, Amar Okay Und weg Zwei One-Shots, Digga What? Na ja, mein Vater Guck dir den an Digga Ich komm wieder Ich mach WeBoot Play Ich glaub meine Konzentration ist weg Oder so Ich mach WeBoot Play Macht euch keine Sorgen Cool, wir sind wieder da Ich hab ne Tag Ich hab ne Tag für euch mitgebracht Geh mal hoch, Geh mal hoch, Eli Nein Ich bin kein Oben Ich bin kein Oben-Spiel Du darfst nicht Oben-Spiel Oh mein Gott Okay, warte Nein, 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 nein Ihr schafft das, ihr schafft das Die kommen, die kommen, die kommen Ja, zwei gegen zwei Zwei gegen zwei Einer ist bei mir unten, Amar Einer ist bei mir unten Einer ist bei mir unten Amar, bist du boxt? Ja, ich geh hoch Zwei gegen zwei Egal, du musst uns einfach runterschießen Und die beiden so doll auf Heiden Schillcrack Schillcrack, einer Beide gegen mich Mach weg Fick ihn Hier runter, Amar Schön Amar Zwei gegen eins Besser wird dich Goin, der pinner wird dich Wo ist der? Unter mir der Echtfrau Gleich mit von oben Droppt Droppt Heike Boah, tu mir das nicht an Gozoo, Gozoo Noch ein Win Ich hab Ohne Witz Jetzt mal real talk Ich glaube Wir haben auch ein bisschen Wegen mir gewonnen Weil die sind nur gepusht gekommen Weil Die mich da gemacht haben Sonst wären wir Sonst müssten wir zu denen Weißt du was ich mein? Super Play Super Play Digga, wir hätten Wir hätten doch zu denen gemüsst Die haben uns gepusht Die haben uns Die haben Dass du Dass du soweit denkst Soweit war ich gar nicht, Bro Die haben Die haben Die haben uns gepusht Weil Weil ich Stau gegangen bin Und die dachten easy win Sonst hätten wir zu denen Gehen müssen Digga, ich kann Er kriegt instant die Wall Bruder Das war der Das war der Ja Er kriegt instant die Wall Die Sauer Die Sauer Jungs Nein, nein, nein Abba, tu mir das nicht an Abba, tu mir das nicht an Abba, tu mir das nicht an Ich bin raus, Bruder Er sagt ja schon Ich kann nicht mehr Ich bin raus Was? Bruder, Kopfschneit Kick nach oben Ein Sieg schafft er Digga, spielen wir Trio? Kann sein Wir spielen Trio, Mann Digga, das ist meiner oder was? Du bist der Käpt'n Das sind drei Leute, wir spielen Trio, Digga Okay, warte mal Ein Geld haben wir Ja, ja, chill, chill, chill Nein, warte, warte Nicht bewegen, nicht bewegen Du hast, du kannst das Okay, warte Es sind, warte, die sind gestorben Es sind vier Gegner auf Es ist 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 Alle 1 gegen 1 Mini Das Stark Ers Crack Kann das nicht, Digga Mann, Bruder Ich kann das nicht Digga, weil wir Trio spielen, Mann Geht zu diesen zwei, ja, zwei Häusern Ach du Scheiße Ja, ja, zwei Häuser Geht zu Geht zu Geht zu Geht zu dem Roten, ja Ich hab, ich hab Waffe Aha Ne, warte mal Lecherlich Ich schwöre, ich war Feuerernid Ja, das ist der Ping Das ist der Ping Das ist der Ping Was? Ich bin tot Ich bin der Wirt Ich bin der Wirt Ich bumm's gar nix, Digga Ich bin gar nix, Digga Ich bin gar nix Wie ist er denn? Ich hole meinen großen Bruder Was geht? Was geht mein Bro? Ich wurde geärgert, Riesen Von Sechsklässlern Ja, ich hab schon gehört Riesen dabei und direkt Lobby zeigt dir Jetzt hab ich keine Angst vor Streamsnipern Ich wurde heute mindestens acht oder Ne, ne, Digga Ich wurde heute mindestens zehnmal von irgendwelchen Streamsnipern gekillt Ich stand genau auf seinem Arsch Ich hab die Waffe Mach deine Hosentasche auf Warte mal Das glaub ich nicht Ach du Scheiße Und den hol ich mir den Fallschaden Nur damit du die Runde nicht weiterspielen kannst, du Arschloch Bastard Ich bin langsam bereit Ne, es macht tode Spaß Aber Irgendwann scheiße Unendestellt Ich muss 20 Kissen looten für fucking Minis, Digga Und? Was war's? Was war denn, Leute? Gibt noch jemand, Digga Er ist minus 80? Oh, da find ich mich Schöne Sache Schöne Sache Digga Der ist ja gar nicht so kacke Ich kann mich pushen 100, 100 tiefpisch Digga, wach Mach Selbst kacke Ey Ich hab einen Ja, hier ist jemand Was? Friesen? Ja Mann Hebst du? Ja, ja, aber die haben mich wieder Ja, warte Der läuft 1 AP Hast du ihn einmal hinten aufgelobt? Hab ihn? Ey, komm Mensch, zwei Stück Oh mein Gott, der fehlt Der fährt sich aus Digga Also wirklich Es sind so ne Bastarde, Digga Ich kann uns jetzt hier wenigstens zugucken Schöne Sache Du hast den anderen Mein Bruder Mein Bruder Die haben mich geärgert Die haben mich geärgert Hier gerade Die haben mich geärgert Genau die war das Mein großer Bruder Das ist mein großer Bruder Das ist ein Trio Ja, das ist das Trio Ja, das ist das Trio Digga, was macht der bitte? Jetzt bin ich nicht mehr gefilmt Das ist tot Er hat keine Wilds, Mami Es könnte passieren Dass wir hier die Geschichte wieder erlebt bekommen Riesen, wenn du das popelst Wenn das passiert Mal Remooted Dann gibt's nur Runden wieder Das ist der mit den guten Loots, den musst du töten Das ist die falsche Entscheidung Das ist die falsche Entscheidung Zeig ihm die Spielwiese Zeig ihm die Spielwiese Zeig ihm die Spielwiese Zeig ihm die Spielwiese wunderbar als team 30er bomb sogar noch als team sogar noch eine 30er bomb 25 1 4 ich schwöre das ist so krank das ist so krank gute teamleistung gut ab wie kann man so spiel das ist so gestört ich würde die ganze zeit spielen wenn ich so zocken könnte ich würde die so auseinandernehmen es ist so krass es ist wirklich alle liebe